Entering Solitude Okay, ich glaube, es wird Zeit, dass ich hier doch ein bisschen ernst mache Spielstunde ist vorbei, Freunde Spielstunde ist vorbei Ah, der kann dadurch schieben Au! Okay Ja, ich hätte dafür vielleicht nicht Au! Diese blockenden, gemeinen, kleinen So, jetzt nimm dies Ganz einfach Ach nee Uncool Uncool Ha! Im Gegenteil Voll cool Oh Mann, das klappt gerade viel zu gut Das muss ich speichern Hier, ich mache einfach alles kaputt mit meiner Faust Ich werde mich einfach alle vermöbeln Ich bin Vermöbel-Guy Ich bin Vermöbel-Guy Wir reden hier nicht von normalen Möbeln, sondern Ich wie ich euch vermöbeln Okay, komme ich da mit einem Sprung bestimmt So, du kommst jetzt nochmal hier hin Du bist auch verprügelt Ganz einfach Es wird alles einfach sterben Es wird alles sterben Nur noch vier Gegner Wisst ihr was, die verprügel ich auch Ich verprügel sie alle, außer es wird etwas zu gefährliches wie ein Cyberdemon Na, den kann ich definitiv verprügeln Und euch sowieso Es ist einfach Wäre ja gelacht, wenn ich die nicht verprügeln würde Mir geht's auch offensichtlich sehr gut Guck meine AP an Oh oh Ne, 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 ne Au Ich hab gesagt, ich verprügel alle Ich hab nicht gescherzt Okay, hier geht's wieder Zurück, dann Zack So Also wenn ich das jetzt nicht Ich weiß, hab ich glaube ich alles in der Map einfach verprügelt Das ist gut Aber ja, dann sieht man sich im nächsten Video wieder Bis dann Ciao